Karl Menger – Gesammelte Werke Band 1 – Grundsätze der Volkswirtschaftslehre von 1871 Die Reihe zur Widerlegung des Sozialismus, erster Teil. Wir beginnen mit Karl Mengers Werk Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, was eine implizite Widerlegung der Arbeitswertlehre von Karl Marx enthält. Zum Hintergrund. Wieso hat ein Gut einen Wert? Diese Frage stellten sich Ökonomen in Europa schon eine sehr lange Zeit. Durch die Werke von Adam Smith und David Ricardo setzte sich die Vorstellung der objektiven Wertlehre, der Arbeitswertlehre durch. Karl Marx kritisierte die Arbeitswertlehre von Smith und Ricardo zwar, schafft es aber nicht, die Vorstellung eines objektiven Werts hinter sich zu lassen. Andere Ökonomen waren da schon weiter. Zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten die drei Ökonomen William Jevons, Leon Walras und Karl Menger zeitgleich und unabhängig voneinander die subjektive Wertlehre. Die Erkenntnisse der drei Ökonomen war für die damalige Zeit so bahnbrechend, dass ihre Werke die marginal Revolutionäre auslösten. Der Ansatz der Arbeitswertlehre von Smith, Ricardo und Marx gilt seitdem als widerlegt. Dies liegt vor allem daran, dass die subjektive Wertlehre in der Lage ist, das Wertparadoxon zu erklären. Dieses beschreibt das Phänomen, dass ein Diamant wertvoller ist als Wasser, obwohl das Wasser für das Überleben wichtiger ist als der Diamant. Über das Werk Während Gossen, Jevons und Walras einen eher mathematischen Ansatz verfolgten und versuchten, den Wert einer Ware zu berechnen, verfolgte Menger einen verhaltenstheoretischen Ansatz. Neben der subjektiven Wertlehre war es Menger dadurch erstmals möglich, eine einheitliche Preistheorie zu entwickeln. An diesem Versuch scheiterten alle Ökonomen vor ihm. Ludwig von Mises bezeichnete dieses Werk als die beste Einführung zur österreichischen Schule der Nationalökonomie. Über den Beitrag In diesem Beitrag werden wesentliche Elemente Mengers subjektiver Wertlehre und seiner Preistheorie erläutert. Zusätzliche Hinweise zeigen, an welchen Stellen Menger den Marxismus widerlegt. Bedürfnisse Mengers gesamtes Werk beruht auf seiner Sicht von Bedürfnissen. Menschliche Bedürfnisse, so erklärt Menger, ergeben sich direkt aus der menschlichen Natur. Das Nicht-Befriedigen bzw. das unzureichende Befriedigen von Bedürfnissen führt dazu, dass die menschliche Natur vernichtet wird bzw. verkümmert. Aus dem natürlichen Überlebenstrieb des Menschen heraus empfindet er daher die Notwendigkeit, möglichst alle Bedürfnisse zu befriedigen. Demnach ist der Mensch ein bedürfnisorientiertes Wesen und seine Tätigkeiten sind darauf ausgerichtet. Da ein Bedürfnis nie abschließend gestillt werden kann und die Zukunft ungewiss ist, versucht der Mensch seine Bedürfnisbefriedigung so weit wie möglich vorsorglich sicherzustellen. Durch dieses Vorausplan ist die Bedürfnisbefriedigung auch der Ausgangspunkt für den Wohlstand. Die Ausprägung der Bedürfnisse, die zu befriedigen sind, unterscheiden sich von Mensch zu Mensch, sind entsprechend individuell. Sie hängt von vielen Faktoren ab. Menger nennt vor allem Umwelteinflüsse wie klimatische Bedingungen. Aber auch der menschliche Charakter hat einen Einfluss auf die Ausprägung von Bedürfnissen. Güter und Bedarf Menschen befriedigen ihre Bedürfnisse mit Gütern. Damit ein Ding zu einem Gut wird, muss laut Menger ein Kausalzusammenhang zwischen der Eigenschaft eines Dings und dem Bedürfnis, welches es befriedigen soll, bestehen. Das heißt, es muss für den Zweck der Bedürfnisbefriedigung Tauglichkeit bzw. Nützlichkeit besitzen. Zudem muss dieser Zusammenhang auch erkannt und das Ding zur Bedürfnisbefriedigung herangezogen werden können. Das heißt, ein Gut muss entweder ein Bedürfnis befriedigen, ein Gut erster Ordnung, oder es muss an der Produktion eines solchen Guts beteiligt sein, ein Gut höherer Ordnung. Die Menge an Gütern, die zur Befriedigung eines Bedürfnisses notwendig ist, wird Bedarf genannt. Zunächst besteht nur ein Bedarf nach Gütern erster Ordnung, da die Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund steht. Erst wenn die Güter erster Ordnung voraussichtlich nicht mehr zur Bedürfnisbefriedigung herangehen, herangezogen werden können, entsteht ein Bedarf an Gütern höherer Ordnung. Die Notwendigkeit, wirtschaftlich tätig zu sein, entsteht nach Menge, wenn der Bedarf nach einem Gut größer ist, als die zur Verfügung stehende Menge, die Güter also knapp sind. Güter, auf die das zutrifft, heißen Wirtschaftsgüter. Demgegenüber stehen nicht ökonomische Güter, von denen es mehr gibt, als es der Bedarf verlangt. Präferenzskalen Bedürfnisse und Güter stehen demnach in einem Kausalzusammenhang. Erst existiert ein Bedürfnis, dann kann ein Ding zu einem Gut werden und damit kann es einen Bedarf nach diesem Gut geben. Der Mensch versucht möglichst alle Bedürfnisse zu befriedigen. Allerdings ist ihm das durch die Knappheit der Wirtschaftsgüter nicht möglich. Der Mensch muss daher bei seinen Bedürfnissen abwägen, welche Bedürfnisse sind ihm subjektiv wichtiger. Das heißt, welche Bedürfnisse sollen durch den Einsatz knapper Güter vorrangig befriedigt werden. Diese Abwägung heißt Präferenzskala. Auf dieser werden die Bedürfnisse ihrer Dringlichkeit nach abgestuft. Die Güter werden dann zuerst eingesetzt, um das höchst geschätzte Bedürfnis zu befriedigen, dann das zweite, das dritte und so weiter. Menger widerlegt an dieser Stelle implizit Marx, welcher in seinen Grundzügen und im Kapital die Ansicht vertrat, dass Bedürfnisse durch die materielle Umgebung des Menschen historisch erwachsen, mit Ausnahme von Grundbedürfnissen wie Hunger. Marx stellt den Kausalzusammenhang entsprechend verkehrt herum dar. Erst das Produkt bzw. die Produktion, dann das Bedürfnis. Dies begründet er unter anderem mit den unterschiedlichen Arten der Bedürfnisbefriedigung in verschiedenen Kulturen. Gebrauchswert Nach Menger ist der Wert eines Gutes keine Eigenschaft, die dem Gut anhaftet. Vielmehr ist der Wert etwas, was der Mensch einem Gut beimisst. Dass der Mensch einem Gut überhaupt einen Wert beimisst, liegt an der menschlichen Natur, möglichst alle Bedürfnisse befriedigen zu wollen und dass dies durch die Knappheit dieser Wirtschaftsgüter nicht sichergestellt ist. Menger stellt deswegen heraus, dass Nichtökonomische keinen Wert haben können, da sie stets verfügbar sind und die Bedürfnisbefriedigung durch diese Güter somit sichergestellt ist. Die Knappheit ist demnach die Voraussetzung für den sogenannten Gebrauchswert eines Gutes. Der Gebrauchswert steht dabei für den direkten Nutzen, welchen ein Gut zur Bedürfnisbefriedigung bietet. Durch die Präferenzskalen haben Güter, die höher geschätzte Bedürfnisse befriedigen können, einen höheren Nutzen und damit einen höheren Wert als Güter, die weniger geschätzte Bedürfnisse befriedigen. Der Gebrauchswert entsteht damit durch die Knappheit eines Gutes in Bezug zu seinem Nutzen für die Bedürfnisbefriedigung. Der Gebrauchswert ist demnach subjektiv. Da zuerst ein Bedarf nach Gütern erster Ordnung und dann erst nach Gütern höherer Ordnung besteht, entsteht der Wert von Gütern von unten nach oben. Menga verwendet das Wort Nutzen selbst nicht, sondern spricht immer von Bedeutung. Die Bedeutung eines Gutes, also dessen individuellen Nutzen, drückt sich im Wert aus. Das erste Gut einer Art, das ein Mensch besitzt, wird genutzt, um das als wichtigste eingeschätzte Bedürfnis zu befriedigen. Jedes weitere Gut dieser Art befriedigt daher ein weniger wichtiges Bedürfnis. Damit ist der Nutzen des zweiten Guts einer Art geringer als der Nutzen des ersten Guts derselben Art. Die Mehrung des Nutzens und damit die Mehrung des Gebrauchswerts eines Gutes nimmt entsprechend ab, je mehr zusätzliche Güter einer Art ein Mensch besitzt. Dieses Phänomen bezeichnet der sogenannte Abnehmen der Grenznutzen. Der Grenznutzen ist nach Menga gleich dem zusätzlichen Nutzen, welcher die letzte konsumierte Einheit einer Art erbringt. Marx stellt im Kapitel den Gebrauchswert eines Gutes mit seiner Nützlichkeit gleich. Dies ist aber ein Fehlschluss, da Nützlichkeit eine Voraussetzung dafür ist, dass ein Ding zu einem Gut wird. Marx erkennt zwar, dass die Nützlichkeit eines Gutes nicht mit seinem Wert zu tun hat. Die Verwechslung von Nutzen mit Nützlichkeit führte dennoch zu unauflösbaren Widersprüchen zwischen Gebrauchs- und Tauschwert, wie Menger bemerkt. Tauschen und Tauschwert Aus dem bisher Geschriebenen ergibt sich für die Menschen ein Problem. Ein einzelnes Individuum kann all seine Bedürfnisse kaum allein befriedigen. Dadurch gewinnt der Tauschhandel seine Bedeutung und die Güter erhalten neben dem Gebrauchswert auch einen Tauschwert. Der Tauschwert steht für die Bedeutung eines Gutes zur indirekten Bedürfnisbefriedigung. Indirekt bedeutet zu wissen, dass ein Gut gegen ein anderes Gut getauscht werden kann, durch welches die Bedürfnisse direkt befriedigt werden können. Dass ein Gut einen Tauschwert hat, setzt also voraus, dass es für andere einen Gebrauchswert hat. Wie der Gebrauchswert ist somit auch der Tauschwert stets subjektiv. An dieser Stelle widerlegt Menger eines der Herzstücke der marxischen Wirtschaftstheorie, das Wertgesetz. Nach dieser ist der Tauschwert einer Ware gleich dem gesellschaftlich notwendigen Arbeitsaufwand, der aufgebracht werden muss, um die Ware zu produzieren. Die Quelle des Werts einer Ware ist nach Marx also ausschließlich eine abstrakte Form der Arbeit, womit der Wert einer Ware für alle Menschen in einer Gesellschaft gleich wäre. Damit wäre der Wert unabhängig des subjektiven Nutzens eines Guts. Dadurch hätten auch nutzlose Güter, die niemand nachfragt, also ohne Gebrauchswert sind, einen Tauschwert. Preisbildung. Preise bilden sich nicht nur beim Tausch. Ob der Mensch ein Gut tauscht oder einsetzt, ist davon abhängig, ob individuell der Tausch oder der Gebrauchswert eines Guts höher geschätzt wird. Beide Werte sind daher von gleicher Bedeutung. Des Weiteren sind gegensinnige Wertvorstellungen eine Voraussetzung für den Tausch. Das heißt, dass eine Person A ein Gut besitzen muss, dessen Wert sie als geringer einschätzt, als den Wert von einem Gut, welches eine Person B besitzt. Gleichzeit muss B den Wert des Guts von A höher schätzen, als den Wert seines eigenen Guts. Erst dann kommt es nach Menger zu einem Tausch. Beide Parteien A und B profitieren dadurch vom Tausch. Für sie stellt sich der Tausch entsprechend immer als Win-Win-Situation dar. Den Prozess der Preisbildung macht Menger an einem eingängigen Beispiel deutlich. A verfügt über 100 Maß Getreide, welche für ihn ebenso wertvoll sind wie 40 Maß Wein. A würde auch weniger als 100 Maß Getreide gegen 40 Maß Wein tauschen. B verfügt über 40 Maß Wein, welche ihm so viel wert sind wie 80 Maß Getreide. B würde auch mehr als 80 Maß Getreide für seine 40 Maß Wein nehmen. Wenn A und B ihre Güter tauschen, werden sie sich auf einen Preis zwischen 80 und 100 Maß Getreide einigen. Zusammenfassung des Werkes Ausgehend von der Natur des Menschen, durch welche der Mensch Bedürfnisse hat, und auch ein Überlebenstrieb, der von ihm verlangt, möglichst alle Bedürfnisse zu befriedigen, entwickelt Karl Menger seine subjektive Werttheorie. Um seine Bedürfnisse zu befriedigen, braucht der Mensch Güter. Güter sind alle Dinge, die die Nützlichkeit besitzen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Allerdings sind einige Güter knapp, wodurch wir nicht alle Bedürfnisse befriedigen können. Über Präferenzskalen bildet sich der Mensch daher eine Hierarchie, in der er seine Bedürfnisse befriedigen will. Je höher ein Bedürfnis auf dieser Skala liegt, desto höher ist der Nutzen eines Guts, welches dieses Bedürfnis befriedigen kann. Daher ist der Gebrauchswert eines Guts eine Wertbeimessung, die aus der Knappheit eines Guts im Zusammenhang mit dessen subjektiven Nutzen resultiert. Weil mit jedem weiteren Gut einer Art, der zusätzliche Nutzen abnimmt, existiert der abnehmende Grenznutzen. Neben dem Gebrauchswert können Güter auch einen Tauschwert aufweisen. Der Tauschwert entsteht, weil Güter, die A besitzt, für B einen höheren Gebrauchswert haben können als für A. Ob wir ein Gut tauschen oder einsetzen, ist davon abhängig, ob wir den Tausch oder den Gebrauchswert eines Guts höher schätzen. Durch gegensinnige Wertvorstellungen kann demnach der Tausch entstehen und damit ein Preis. Zusammenfassung der Kritik am Marxismus Auch wenn Marx selbst die Arbeitswertlehre von Smith und Ricardo stark kritisiert hat, ist es ihm nicht gelungen, eine insgesamt bessere Werttheorie darzubieten. Zunächst hat Marx den Kausalzusammenhang zwischen Bedürfnis und Gut verkehrt herum dargestellt, wodurch er das Wesen des menschlichen Bedürfnisses nicht erkennen konnte. Auch verwechselte Marx den Nutzen mit der Nützlichkeit eines Guts. Während die Nützlichkeit eine Voraussetzung dafür ist, dass ein Ding zu einem Gut wird, so ist der Nutzen die Bedeutung, die das Gut für die Bedürfnisbefriedigung hat. Auch nicht knappe Güter haben eine Nützlichkeit, obwohl sie keinen Gebrauchswert haben. Dies erkannte Marx nicht, was zu unauflöslichen Widersprüchen zwischen Tausch und Gebrauchswert führte. Zentral ist allerdings die Fehlerhaftigkeit in Marx' Interpretation des Tauschwertes. Marx erklärt diesen durch eine abstrakte Form von Arbeit, der gesellschaftlich notwendige Arbeitsaufwand. Dadurch reduziert er den Wert einer Ware auf die Arbeit und es gelingt ihm somit nicht, das Wertparadoxon aufzulösen oder Abweichungen von seinem Wertgesetz hinreichend begründet zu erklären. Dadurch scheitert Marx' Theorie an zentralen Phänomenen des menschlichen Handelns.